Hi Leute, so wir sind jetzt gerade in Graz Ich wollte gerade Salzburg sein Leute, so wir sind jetzt gerade in Graz angekommen Es beginnt gerade zu schütten Um 13 Uhr macht jetzt Royal Donuts auf Und dann haben wir jetzt ein paar Donuts zum Testen Gonna taste some Donuts Reingeflochen Dinge gemacht, ich weiß nicht Ob es mir gefällt Da muss man wieder neue Sachen ausprobieren So wie Donuts Wir haben die Buenocain-Füllung, Nutella-Füllung, Extra Peel Wie gesagt, sie sind ganz groß mit Extra Peel Dies ist mit Nutella Wir sind auch alle, auch Z.B. mit der Schoko-Fresh Das ist mit Buenocain-Füllung Das ist Cheesecake, das ist mit Nutella und Erdbeeren Das ist ein Croissant-Donuts Raubel-Jugurt-Füllung, Vanillepudding-Füllung Apfel-Nut oder Lotus-Creme-Füllung Das ist der Cake als Creme Ja Dann nehmen wir einmal rein Kinderbuenocain Irgendwas Genau Was ist dein aller Liebling? Mein Liebling ist Hallo, ich glaube wir alle durchgebracht sind Aktuell ist es entweder Giotto oder der Morgen ist auch der Weg Giotto Giotto Ein bisschen mit Rufdecken, weil Sommer ist mega süß Das passt dann so wieder an Ja 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 Hallo Hallo meine Liebling Hey, don't touch my bow I didn't say that I didn't say that I didn't say that Also Das machen wir nicht Das machen wir nicht Magst du runter? Dann leg dich einfach noch rüber Achso Achso Das glaube ich auch Nein Nein Schaut's Leute, was wir geholt haben Ich meine Ich denke, ihr könnt es sehen, es sind Rade Donuts Wir sind heute nach Graz gefahren Und wir haben uns zu uns geholt Ja, aber Ur-Urlieb und hat uns so gratis Shots gegeben Ähm, wir haben, was haben wir? Bueno? Ähm, ja, Kinderbueno Ja, Kinderbueno-Füllung Und Nutella Glaub ich? Echt? Achso I don't know Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Shots und nicht gemeint, wir könnten dann nochmal die Donuts selbst füllen, wenn wir Bock haben Coffee Wir haben einen Cronut Mit Lotus als erster Isn't that so pretty? Crunchy? Mhm Fertig Oh, da ist so viel Füllung Oh mein Gott Wow That looks amazing Oh mein Gott Oh mein Gott, das ist einfach flüssig Oh mein Gott Mahlzeit Mahlzeit Lotus Mh Warm Mh Das ist Urgeil Das ist Ursaftig Und gar nicht zu süß Mh mh Nur allem Mh Definitiv nicht für das erste Date zu empfehlen Das ist okay Mh 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 Mal Mh Ich habe was erfahren, ich habe mit dem Typen ein bisschen geredet, weil er war echt echt nett. Ich habe mal gefragt, warum die Filiale nach Wien kommt, weil ich habe jetzt auf Instagram nachgeschwommen, da steht halt nur drinnen, ich glaube, nach St. Pölten und Innsbruck oder keine Ahnung was alles. Und er hat mir gesagt, im Herbst kommt deine Filiale nach Wien. Also, uhrgeil, uhrgeil. Die machen das jeden Tag in der Filiale frisch. Also diese ganzen Dekosachen, die drauf sind, machen sie alles in der Filiale selber. Oh mein Gott. Diese Bueno-Creme. Cronut mega. Oh, wir haben keine Bewertung gemacht. Okay, start. Cronut, Lotus, Konsistenz des Cronut, Apatical. Ich mag, dass es dieses... Ich habe mir ein Cronut vom Dunkin Donuts geholt. Der war staubtrocken. Der wirklich... Na. Also das ist wirklich... Genial. Cronut mega. Warte mal, noch 10 von 10. Ich finde es abatical. 10 von 10. Das andere, das Mega-Donut, auch mega gut, aber viel süßer. Ja. Viel süßer. Ich meine, es ist eine 8 von 10. Für dich? Ich muss sagen, Cronut 9. Also ich finde es wirklich geil. Bär? Fuck, es sollte mehr Himbeeren. Ich finde die Himbeeren so geil drauf. Also wenn es wirklich mit mehr Himbeeren wäre, wäre die Combo noch geiler. Weil dieses Bueno selber drauf natürlich, das ist wirklich in der Deko. Ja. Aber es ist sehr saftig. Also der Donut ist auch so richtig... Und es ist groß, weißt du? Ich finde, einige Donuts sind ur-kleine Donuts geworden. Früher waren die viel größer. Und das ist wirklich eine große Sache. Ich meine, ja, es hat es auf seinen Preis. Aber ich finde, da gebe ich lieber einen für sowas, wo ich wirklich von einem satt werde. Ich finde, da hallo, Happy. Hallo, Happy. Geh, Happy. Jetzt komm. Also, Entschuldigung, Messer weg. Jetzt komm. Okay, dann nehmen wir den da. Oh ja. RSMR musst du machen. Mit der Crunch. Oh, du hast nur wenig Füllung, dann können wir noch was nachspitzen. Indizieren wir das mal? Nein, nein, nein. Das ist nicht so. Das wird nicht so cool. Entschuldigung, wir lassen nicht meine eigenen Fehler machen. Das ist richtig besser. Ah! 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 Das ist echt süß aus dem Herz. Die Büroherzwerke, schau mal, dass sie es boah an. Oh, geil. Die Bärnsmärchen! Wenn sie so frisch sind, dann merkt man einfach, dass sie es wirklich jeden Tag machen. Himmelschein! Ich bin so happy! Die ist komischer. Das ist der Zuckerschank, der tut dir nicht gut, der Zucker... Ich verstehe es. Du bist im Haus mit Verrückten. Wie heißest du das mit dir aus? Oh, der ist auch zu schön. So ein geiles Blunder mit Vanillegefüll. Ist das wie ein Kronut? Ja. Ich glaube, ich mag Kronuts mehr als Donuts. Ja. Bei Kinderkönchi immer noch. Jetzt haben wir Kinderkönchi. Trink. Smacks. Hast du so viel ich auf den Smacks verpacken darf? Ein Hase. Nein. Ein Frost. Ich glaube ja. Honeyloops. Oder Biene. Tresor. Das ist tricky. Ich mag am liebsten die roten. Es ist selber so ein Tresor. Ein eigenes Maxerl. Da gibt es kein eigenes Maxerl. Was ist Frosties? Digga! Oh, diese Schokochips da. Diese runden, halbrunden Monde. Bär. Jetzt kein Bär. Nein. Das ist ein Affle, oder? Braunbär. Ein Braunbär. Ein Braunbär. Erzähl mal eigentlich. Braunbär. Meine Mama ist Biologin. Nein. Mh. Kann ich noch essen. Mh. Ja. Was wäre jetzt ein absoluter Favorite? Äh, Cronut mit Lotus. Meine auch. Ich fand das Vanille auch geil. Ich fand den mit Vanille auch geil. Aber Lotus ist geiler gewesen. Und die Bueno-Creme. Vorbestellungen. Eigentlich kann man noch einiges vorbestellen. Also ich finde das System von dem mega cool. Sie liefern voll. Und sie waren auch unnett. Er hat einfach so ungesprächig. Ja. Wirklich danke nochmal. Falls ihr das Video seht für diese Spritzen. Seid ihr sie wieder dabei? Wart's? Ja. Happy. Wie ist denn Zugabe? Na schön. Ui. Hi. Ja. 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 Ich sage es in die Kommentare. Sie denkt sich immer, wo sind meine Donuts? Leute. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte liked es. Schreibt es in die Kommentare. Welche Cancy Boy Donuts habt ihr schon probiert? Freut ihr euch, dass es nach mir kommt? I mean, ich freu mich hart, dass es nach mir kommt. Du auch. Ja. Sie freut sich auch. Love you all. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tagabend. Alles. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.